Herzlich Willkommen bei der EGSA, der ersten zugelassenen Entsorgergemeinschaft in Sachsen-Anhalt. Wir sind ein Zusammenschluss aus öffentlichen und privaten Firmen, die sich für Erleichterungen und Privilegien von Entsorgungsfachbetrieben einsetzen. Die Gemeinschaft garantiert eine kostengünstige Zertifizierung, vermittelt Fortbildungslehrgänge und klärt behördliche Problemstellungen. Ein unabhängiger Sachverständiger überprüft jährlich die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und garantiert somit gleiche Prüfqualität aller Betriebe. Profitieren Sie von den Vorteilen und werden Sie mit Ihrem Unternehmen unser Mitglied. Wir informieren Sie gern.